Willkommen zurück Leute bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Islands und ja es ist die zehnte Folge Nummer 10 Jubiläum Eigentlich müssten jetzt die Sektkorken uns um die Ohren fliegen, aber nein Wir müssten jetzt auch kurz mal schlafen Ich habe 88 Frames Wir könnten Feuerwerk bauen, Feuerwerkskörperzeug Ja, haben wir überhaupt zu viel Creeperscheiße? Creeperscheiße? Ich glaube nicht 12 Ich habe nichts Ich habe 12 Ich habe gar nichts Naja, dann gehe ich jetzt mal kurz Hast du ein bisschen Weizen, denn dann vermehre ich die Viecher unten Du darfst mich nicht reizen, sonst bekommst du kein Weizen Unter dir So, das lege ich hier noch rein Das lege ich hier noch rein Wonder Bear So, jetzt ist sie voll, die Kiste Ja, wir hatten gerade eben schon die Aufnahme gemacht Aber Natürlich hat es mir Fraps zerstört Na klar So, die asexuellen Tierchen Das eine schaut einfach ganz in eine andere Richtung Es schirgelt Es schirgelt Es schirgelt Es schirgelt Es schirgelt Aber ich finde hier keines Der kleine Fensterkiller hat das Tor abgebaut Oh nein 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 Nein, ihr Viecher No 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 Ah, jetzt war's kaputt Ja, das ist aber toll nein es ist nicht gut also ich habe jetzt beschlossen dass ich ja in die in irgend so eine mine seine höhle gehen könnte und sterben könnte manchmal und dort vielleicht sachen finden könnte das wäre doch lustig kommst du mit mir lustig wahrscheinlich hier wahrscheinlich hier unten sehe ich gleich eisen das habe ich gleich einwandfrei die terminiert die tuniert und die terminiert ja und dann werden wir die insel mal ausbauen mit bestimmt größeren farmen und mehr tieren und so reden und fabrikalen und nach und wir brauchen ja auf alle fälle mal irgendwelche anderen sorten von gemüse denn mit stimmte genau 3d kommen wir nicht weit wo ist denn der der zu backen der boom button den habe ich auch schon mal gesucht und da habe ich gerade screenshot gemacht aus Versehen in dieser plästigen die kühlen respektiv mit haben wir genug zu essen ein paar wenig aber das ist doch nicht so gut ob die fehlenden nicht inseln ich gehe noch mal kurz nach oben ach wir brauchen noch mit scheitern eingang hier oben das ist hier sehr genau rudimentär rudimentär macht es rudimentär was so wir haben nichts mehr zu essen oder was also die sechs gebratenen hündchen die gebe ich dir oh danke du bist so generös könnte man sagen im englischen im deutschen leider nicht in q gerne schlachten wir doch einfach mal ein paar also kühle lasse du uns schäfchen schlachten schlachten könnt ihr schon wieder oder oder netten ne die können nicht doch die die kinder können die kinder können toll die kinder können miteinander super wundervoll ach ich habe ein ei gekriegt ich schaue jetzt mal ob da nicht ein viecher auskommt und ein nein ein fisch so wo steigen die herzchen auf bei dem hier den töten wir ui wie viel war das zwei rohe wir haben mit fleisch lecker wundervoll was machst du da ein eingang super nein einen ausgang was jetzt haben wir noch zwei ah scheiße fünf sechs sieben acht ach whatever töten wir einfach noch zwei genau wir haben es ja acht haben wir fleisch roh vier fünf sechs habe ich jetzt naja das reicht schon alter haben wir hier ernsthaft kein tor das ist mega scheiße der hiesliche eingang ein hieslicher so jetzt braten wir das ganze mal na klar doch ein bisschen brot es bringt zwar nichts aber naja Jolo Swag so ungefähr das war gerade mein Bauch der da komische Geräusche gemacht hat Bauch Solo genau gut dann suchen wir uns mal eine schöne Höhle ne wir haben doch eine im Haus drin ne ja genau die wäre zu erforschen zu präferieren ne ne ja 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 übrigens die Kommentare die ihr mir schreibt die lese ich natürlich ich bin ja ein netter Mensch ja vielen Dank übrigens für die Komplimente dass dieses Let's Play wie war gleich nochmal der Wort laut dieses Let's Play sei interessant oder so interessantes Projekt interessant also vielen Dank dafür das freut uns natürlich nicht wahr ja freut euch ihr Christen nein welcher Christ ich bin's nicht ich bin Moslem nein aber wir reden jetzt nicht über Religionen das würde ausarten mit mir das stimmt ja so so den heftigen blut blutigen Diskussionen ja ja ah das Hammelfleisch für den kleinen Hammel so ich gehe da mal nunde ups es ist ein bisschen dunkel hier äh kann es sein dass diese Mine für den Arsch ist kann es sein das ist das ist sehr wahrscheinlich sogar wir haben zwei Gänge gut ich grabe mal einfach weiter weiter wir sollten weiter nach unten auf die Höhe äh oh nein 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 ich hab den Minecraft Bug jetzt ist alles rot bei mir ach du scheiße ah jetzt ist es wieder normal ich bin runtergefallen ups ja mein Bug ist jetzt wieder vorbei nice nice das war gerade als ob ich gestorben wäre in genau dieser Farbe lol ihr seid meine Zeugen ihr seid meine Zeugen Leute ihr seid meine Zeugen Zeugen Jehovas naah mit so einem hab ich mich mal gebettelt oh Gott religious battle war das religious rap battle ah ich hab hier ich hab hier ne coole Höhle gefunden mit nem Kohleflöz Blöds Blöds ein paar Eiern ich gehe in die Höhle was finde ich als erstes ein Ei ein befruchteter Kohleflöz kannst du gern befruchten wenn du willst mir ist es egal lecker ich hab hier einen Fußabträger hintermacht für alle Gäste die die dreckige Schuhe haben da muss ich ja gleich nach oben und mir diesen Fußabträger zu Gemüte führen mhm scheiße ich komm hier nicht hoch entsprechend lol hier ist ein unsichtbarer Block nice hey ich will das auch sehen hey 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 das tötet Menschen haha genau ah die Kohle hat's bis dahin nach hinten getrieben die Kohle die treibt's wieder komm ich da rauf oder nicht ich hab hier noch Granit dieser Granit ist ziemlich oh und der wird in meinem Textpack nichts nicht dargestellt das ist natürlich spielst du mit dem mit dem äh nein ich äh okay spiele mit einem ziemlich selbst zusammengestellten ach da wo die Schrift mit dem besser ist also und dir selbst zusammengestellt oder von ihm selbst zusammengestellt ja ja von mir von mir also einen Fußabdreter 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 wow das sieht so hässlich aus ja egal wird schon ach und wir sollten schon wieder verschlafen gehen dann resümieren wir mal was haben wir denn heute geschafft hm ich habe einen Fußabdreter gebaut ich habe einen kohleflöts befruchtet neuer folgen Titel oder befruchtet der befruchtet der kohleflöts Zeug ja Aua so was ist das hier ein Loch oh was tut man mit Löchern man befüllt sie stoppen nein was befruchtet sie was bitte ein Creaver hallo Creaver Creaver ein Creaver die weg oh habe ich dir wehgetan boom das war jetzt gerade echt laut bei mir obwohl ich ganz woanders bin ich bin echt ganz woanders aber es war trotzdem laut Ege so dann befrucht ich noch ein Pop höchst du mit Blödsinn wunderschön 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 wie hat dir jetzt eigentlich schlussendlich das Konzert gefallen auf dem wir waren es war sehr interessant dass so viele Menschen so eine Musik dran hören so eine Musik dran hören jetzt fragen sich die Zuschauer sicher welche Musik ups bumm wir können sie ja mal nicht ein Spiel wegen dem genau naja ich überlege habe ich nicht trotzdem tun weil es wäre dann das wäre lustig die Welt die Welt die die Verkauf die Welt blöds da hinten was haben wir denn hier oh das sieht ja wundervoll aus schauen wir gleich mal vorbei bist du jetzt mit dem Eingang schon fertig äh ne du musst ihn nur noch befruchten oder genau haha haha wow Viech was hast du davon kommst du her ha kommst du her bist du tot was ist das hier ach verrotteres Fleisch rotten flesh nicht leid ja so ungefähr gut da war ich schon ich frage mich ob sie noch weiter geht das wäre echt mal ah ich sehe deinen Namen oben nicht mehr ach da das niegt er wieder der Unterliste natürlich befindet er sich dort und dann nein ich bin unter Wasser unter Wasser hier hallo ich grüße dich und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von wie geht das ich muss ich was sieben so oh ein Kuckuck 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 Kuh Kuhl aber übrigens so eine Regel eine ungeschriebene in Minecraft ist es grabe dich niemals senkrecht nach unten du könntest auf Lava stoßen oder so aber ratet mal Leute was ich tue auf Lava stoßen oder senkrecht nach unten graben ich stoße doch immer nicht nur auf Lava hm 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 ja entschuldigt Leute der musste sein wundervoll da kratze ich mich gleich am Ärmel oh hier ist ein Kies das habe ich da nicht ein Utensil ein Utensil Ein Utensil ja ich verfüge über ein Utensil diesem Kies Herr zu werden ja 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 wir schmier wo ich sehe nichts mehr ah und ich baue hier gerade was ab ango sieht getrunken ach ja kült sind oh gott költen ich habe meinen um einen führerschein gemacht und der führerschein prüfer mensch der hatte da solche solche muster führerscheine dabei und auf einem das war so ein weib anna irgendwas da ist dann drunter gestanden als ausstellungsort glaube ich also ausstellungsort des führerscheins kürzeln ernsthaft die jahre um ein gut also jeder die entkürten wohnt ist absolut bemitleidenswert auf welcher höhe bin ich denn jetzt 1000 13 scheiß diamant level ok dann graben wir uns da einfach mal durch jetzt bin ich auf 12 was ist das beste diamant level 12 glaube ich ok let's proceed scheiße egal ich muss es schaffen ah lapis lapis läppisches lazuli mehr oder weniger jaja 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 freunde der nacht ich hab mir mal überlegt ob wir nicht wenn jemand will mal so temporär so zuschauer mitspielen lassen könnten welche zuschauer ich weiß du bist geil und ich bin scheiße er habe keine zuschauer ne ja das ist aber derzeit ist es echt das beste was ich habe auf meinem kanal also ich habe jetzt in der Leerleitung Reder andere wird es schaut keine Sau Prozent und hier sind Reiseabenteuer ist ja pausiert jetzt Prozent Prozent was hast du überhaupt anzubieten hat und an kulturellen Geräten Zeugen ein Kropfer eines und ich soll und sonst nix Prozent doch Prozent manchmal so ist wie mit schnittes und von gta-online und es nix um ein woher um ein das ist es plätschert ich habe ein bisschen rauscht die Möse haben wir uns verletzten brauchen ein wie es ist und ein Bildungssystem mit hau das wird es jetzt keine Ahnung keine Ahnung ich weiß es nicht Mami so da oben geht es weiter weiter da geht es weiter er war Leihwand Leihwand so die Schafe befruchtet oh pui ich will das nicht wissen Sodomie nennt man sowas ne 1000 Sodomie 1000 ach da ist ein fuhle blöd Trisomie 1000 was Trisomie Trisomie 1000 es gibt aber das Chromosom 1000 nicht doch bei mir schon du hast 1000 Chromosomen übrigens wenn du 1000 Chromosomen hättest also ich muss es da ein bisschen weiter ausholen mit meiner Erklärung Leute aber es ist ja eigentlich so statistisch gesehen je weniger Chromosomen nein was ich muss die Folgen zusammenschneiden mir mir hat es wieder ausgekaut aus dem Vollbild wie los ja der Server geht nimmer wegen irgendwas wir brauchen einen Blockhost Server das geht nicht anders oh wie hat es gesagt die Folge jetzt noch übrigens das kannst du gerne drin lassen dieses exklusive Zeug nein nein ich hab schon ich hab schon ausgecheckt droll